servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal nächste woche wenn ihr dieses video seht ist es soweit und der pre-patch zu world of warcraft dragonflight erscheint also patch 10.0 damit kommen auch einige neue sachen ins spiel talentbäume und so weiter und so fort sprich ihr braucht eine aktualisierung ihr braucht den patch wenn ihr jetzt das problem habt weil ich gesagt euer internet ist so langsam oder ihr habt generell probleme dann gute nachrichten ihr habt jetzt schon die möglichkeit den pre-patch vorab zu installieren bzw runter zu laden das heißt ihr könnt ihn natürlich noch nicht spielen aber ihr habt dann schon mal die dateien am start und nächste woche wenn es dann losgeht habt ihr ein bisschen weniger trouble zumindest dass ihr nicht so viel runterladen müsst wie das ganze funktioniert ist eigentlich relativ einfach das meiste geht von selbst ich würde euch als bevor ihr irgendwas einstellt schritt 1 macht euren battle net launcher auf geht nicht ins spiel und guckt was hier unten passiert wenn hier steht download wird initialisiert und dann startet ein download obwohl ihr das spiel spielen könnt dann müsst ihr nichts mehr machen herzlichen glückwunsch dann könnt ihr dieses video jetzt beenden wenn das nicht bei euch geht gibt es 1 2 3 schritte zu beachten die ihr checken könnt schritt 1 aktualisiert euren battle net launcher das ganze funktioniert wohl so wie ich gelesen habe nur mit einem aktuellen battle net launcher ihr kriegt das in der regel hier oben angezeigt wenn ein update verfügbar ist mit hilfe so einem kleinen pfeil danach startet ihr die ganze geschichte noch mal neu ebenfalls ist es wichtig ihr klickt hier oben drauf geht auf einstellungen dann in den tab downloads und hier geht ihr dann runter automatische updates und aktiviert für zuletzt gespielte spiele neue updates anwenden und vorab inhalte herunterladen ihr könnt das theoretisch pro spiel auch noch separat einstellen aber ganz im ernst ich habe da jetzt noch nie probleme gehabt deswegen könnt ihr das dann ganz einfach machen dann ist das eigentlich auch aktiviert für den pre patch jetzt könnt ihr dann als nächstes wenn es immer noch nicht von selbst runter lädt hier oben hingehen auf den fall zum download manager und dann seht ihr hier world of warcraft vorab inhalte wird heruntergeladen oder wenn ihr das nicht habt sieht das dann so aus wie hier world of warcraft vorab inhalte update verfügbar und dann können die hier einfach auf das plus klicken und dann wird der download beginnen beziehungsweise es wird dann eingereiht so dass ihr den ganzen bums downloaden könnt und letzten endes das ist auch schon der ganze trick viel mehr ist es nicht jetzt dadurch halt dass die anderen sachen noch angeklickt habe wird das jetzt halt als erstes runtergeladen ja 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 danach ihr seht aber es wird auf den abschluss anderer updates gewartet geht es dann damit weiter aber hierüber könnt ihr das ganze ding dann auch starten und wenn da nichts dran auftaucht dann wie gesagt hier nochmal einstellungen checken ob wirklich dieses häkchen aktiviert ist mehr müsst ihr nicht tun und das war es eigentlich auch schon so einfach ist das also ich würde euch empfehlen macht das ding schon mal an vor allem wenn ihr am pc seid wenn ihr im spiel seid gibt es halt auch die option diese updates zu deaktivieren dass eure leitung im spiel nicht zusätzlich belastet wird und so weiter und so fort ihr könnt aber auch einfach wenn ihr am pc arbeitet macht den battle net launcher auf wartet bis das runter lädt habt ihr jetzt gesehen das war mal nicht eine minute zwei und hat 14 prozent das ist jetzt nicht so krass wenn ihr schon die beta schlägstrich schrägstrich alpha drauf habt auf eurem rechner und auf derselben platte wo eure retail partizipation drauf ist dann müsst ihr weniger daten runterladen der launcher bzw battle net ist schlau genug zu erkennen dass ihr da schon daten auf dem rechner habt und packt das dann zusammen also das ist in der tat auch ganz nett damit danke fürs zusehen ich wünsche euch ganz viel erfolg beim runterladen viel spaß nächste woche beim prepatch dementsprechend wenn ihr nichts verpassen wollt lasst sehr gerne ein abo auf dem kanal da ihr kriegt hier alle dragonflight news auch gerne meinen zweitkanal link in der video beschreibung und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen